Servus, bevor ich jetzt auf das Thema von dem Video komme, muss ich ein bisschen ausholen und zwar geht es heute hauptsächlich um meinen Daily Driver und das ist ein T4 Bus, Baujahr 2003, Erstzulassung 2004, wer sich ein bisschen bei T4 Busse auskennt, der weiss, dass die nur bis 2003 gebaut worden sind und dass 2004 eigentlich der T5 kam und ich liebe T4 Busse bzw. ich liebe Busse allgemein, weil sie halt saupraktisch sind, aber besonders liebe ich den T4 Bus, weil das ist nicht mein erster T4 Bus, das ist sogar mein zweiter T4 Bus. Mein erster habe ich dummerweise verkauft, weil ich gedacht habe, ich habe mir Bock auf etwas anderes und habe ihn aber auch ziemlich schnell vermisst. Der Hintergrund ist der, ist ganz einfach, weil es ein super praktisches Auto ist und jetzt will ich keine Diskussion lostreten, was jetzt T3 ist, cooler oder irgendwas, mag schon sein, aber ein T4 verbindet für mich auch mehr Praxisnutzen, weil ich nämlich manchmal Motorräder transportiere und so ist es ursprünglich auch entstanden. Ich habe mir mal einen T4 Bus gekauft, weil ich öfters mal auf Rennstrecken mit dem Motorrad gefahren bin und wollte die da drin transportieren und dann haben wir gemerkt, also ich und die Familie haben gemerkt, dass es ein saupraktisches Familienauto ist, weil das damals schon ein Multivan war. Und hier brauche ich euch ja nicht zu sagen, das ist jetzt auch ein Multivan bzw. es war ein Caravelle und ich habe die Multivan-Ausstattung reingebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das seht mit dem Licht, weil momentan habe ich die Batterie abgeklemmt, der Grund kommt aber später. Und mit dem Klapptisch, mit der Sitzbank, die man ausziehen kann, gerade den Griff ziehen und dann hat man ein Bett, nicht ein ganz gemütliches Bett, aber für den Notfall zum Schlafen langt, das habe ich in der Schweiz gemacht dieses Jahr auch. Hier quer hatte ich die Maschine stehen, die Sky Team Gorilla. Es hat wunderbar funktioniert und konnte ab und zu mit der herumfahren. Und wenn ich mit der Familie in Urlaub fahre, dann sitzen meistens die Kinder hier hinten und hier habe ich ein Klappfernsehen. Und da können die wunderbar Fernsehen schauen. Also eigentlich ist das ein Smart TV, dann kann man sogar drehen und alles. Und ich mache da einen Hotspot auf dem Handy und dann können die die ganze Zeit irgendwelche Blockbuster auf Netflix oder so schauen. Die sind schön ruhig, man kann vorne schön konzentriert fahren. Ich habe hier sogar umgebaut, dass ich doll bis 5.1 habe. Und hier noch eine Ladestation, alles wunderbar, getrennte Stromkreise. Also es ist schon fast ein Wohnmobil, wenn man es genau nimmt. Und für mich halt super praktisch gewesen die ganze Zeit, weil ich halt wirklich alles mit dem Bus machen konnte. Also man hat sich nicht überlegt, wenn man jetzt einkaufen gefahren ist, wie man das alles unterbekommt. Weil ich habe dann die Kinder hinten rein, war dann ganz normal einkaufen, Getränke holen. Dann ist mir noch eingefallen im Baumarkt, ich brauche noch ein paar 3-Meter-Balken, weil ich die eigentlich in letzter Zeit immer brauche, für so Gestelle hier. Und ja, es ist ein super tolles Auto. Ich liebe das Auto. Er hat den 2,5 Liter Turbodiesel mit 88 PS. Wer den Motor jetzt kennt, weiss, der hat keinen Ladeluftkühler und nichts. Und die Motoren, die halten ewig, gerade der mit 88 PS. Die sind mit 300.000 Kilometern noch nicht mal richtig eingefahren, sozusagen. Also die findet man auch im Internet mit wesentlich mehr Kilometern. Super Auto. Auch relativ sparsam. Also so 8,5 Liter hat er gebraucht, glaube ich. Aber ich fahre halt auch immer sehr gern mit Gasfuß. Deswegen war das alles okay für mich. Also ich liebe den Bus wirklich. Der Bus ist jetzt foliert in Anthrazit. Ursprünglich war er blau und das werde ich auch irgendwann abziehen. Eine Delle habe ich reingefahren. Sonst hat er eigentlich gar nichts an der Karosse. Und das ist wirklich geil. Also hier die Delle, die habe ich reingefahren. Die wollte ich irgendwann mal ausbessern. Und wenn er jetzt mal so rumguckt, für einen T4, null Rost. Also er hat so gut wie gar keinen Rost. An den typischen Stellen gar nichts. Er hat nur am Scheibenrahmen einen kleinen Pickel. Und zwar hier. Ich weiß nicht, ob man den sieht. Das war alles. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich das Auto ewig fahre. Wenn man den pflegt und so weiter, dann hält das Auto ewig. Und man braucht sich keinen Kopf drum zu machen. Und genau da ist der Fehler. Er steht ja nicht ohne Grund hier. Und ich bin nicht ohne Grund vorhin hierher gefahren mit dem Honda, den ich im Sommer mal gerichtet habe. Den ich eigentlich nur zum Spaß gekauft habe für ein Appel und ein Ei, weil er einen Frontschaden hatte. Mir ist ein Malheur passiert. Ich mache euch mal Licht, dass ihr besser seht. Findet den Fehler. Also bis auf die fehlende Batterie gibt es hier noch einen Fehler im Motorraum. Wenn ihr genau guckt, ist hier ein seltsamer Riemen. Und hier endet der Riemen. Also mir ist der Hauptzahnriemen gerissen, was gravierend beim Diesel ist. Bei manchen Benziner hat man Glück, die sind Freiläufer. Aber hier ist der Hauptzahnriemen gerissen. Und ich denke, man sieht hier an dem Zahnriemen, dass sich Fremdkörper eingearbeitet haben. Hier sieht man auch noch ein Metallstück drin stecken, wenn ihr genau schaut. Ich hoffe, das seht ihr mit der Kamera. Aber er ist halt durchgerissen. Was jetzt das Glück im Unglück war, war, dass es hier in Neustadt war. Gar nicht weit von der Halle. Also ich war gerade im Baumarkt und wollte vom Baumarkt losfahren. Da ist der Riemen gerissen. Der Motor ist aus der Fahrt ausgegangen. Also hätte ich bis zu dem Zeitpunkt, hätte man sagen können, mit viel Glück hatte ich keinen Schaden. Ich habe dann natürlich reflexmäßig nochmal den Schlüssel rumgedreht. Da habe ich schon Klackern gehört. Also das Klackern war dann die Kolben, die auf den Fertilen aufgeschlagen sind. Und das war dumm. Aber halt eine Reflexbewegung kann man manchmal nicht ändern. Ist halt so. Also mit höchster Wahrscheinlichkeit habe ich dann Motorschaden, beziehungsweise entweder sind die Ventile krumm oder oben die Lagerböcke von der Nockenwelle gerissen. Habe ich noch nicht nachgeschaut, weil ich war dann so deprimiert, dass ich das Auto hierher geschleppt habe. Mithilfe von Marcel. Den Marcel kennt ihr aus einem anderen Video. Und zwar, das ist der mit dem rote Golf GTI, mit dem Silvina Facelift GTI Golf. Und ja, jetzt steht er hier und ich bin am überlegen, was ich machen soll. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten, die ich jetzt fahren könnte. Erste Variante wäre die, dass ich mir einfach einen Zahnriemen hole, versuche, halt oben die Nockenwelle und unten die Kurbelwelle vorsichtig wieder in die richtige Position zu drehen, den Zahnriemen drauf mache und gucke, ob der Motor läuft. Und dann vielleicht, wenn der Motor tatsächlich läuft, noch einen Kompressionstest machen. Das wäre Variante Nummer eins. Variante Nummer zwei wäre einfach, da ich mir einen gebrauchten Motor hole. So mit 200.000, 300.000 Kilometer. Die findet man schon. Muss aber so mindestens ein Tausender hinlegen. Und ich baue den Motor ein. Die meisten Motoren, so um die Preisklasse, haben sogar noch ein Jahr Garantie. Und dann wüsste ich eigentlich, okay, der müsste höchstwahrscheinlich dann laufen. Allerdings, wenn sie dann nicht laufen, wird es dann meistens so verkauft, als wäre es ein Einbaufehler gewesen. Da kommen natürlich Kosten noch dazu. Wenn man halt einen Motor, wenn ich jetzt da einen Motor reinsetzen würde, dann würde ich zumindest mal auch die Zahnriemen wieder machen, manche Dichtungen erneuern und natürlich gleich die Kupplung erneuern. Weil wenn man schon den Aufriss macht, dann sollte man es schon richtig machen. Variante Nummer drei wäre, dass ich mir einen Motor bei VW hole. Die fällt aber sofort weg, weil das sprengt jegliches Budget. Und Variante Nummer vier wäre, dass ich mir einen überholten Motor hole. Wenn man jetzt in Ebay schaut, kosten die so 1.700 Euro. Ich traue der Sache überhaupt nicht. Also ich glaube sogar, dass ich besser dran wäre, wenn ich mir irgendeinen gebrauchten, laufenden Motor mit 200, 300.000 Kilometer holen würde, als einen überholten Motor. Weil gerade eine Ebay-überholte Motor, naja, da weiß ich echt nicht, woran ich bin. Und Variante Nummer fünf wäre natürlich, dass ich den Motor hier ausbaue und zum Motorenbauer bringe und der dann repariert. Allerdings glaube ich auch, dass ich da bestimmt nicht mit 1.600, 1.700 Euro hinkomme. Also wahrscheinlich ist ja der Kopf kaputt. Dann kommen Übermaßkolben rein und so weiter und so fort. Könnte auch ein teures Geschäft werden. Also ich bin da ein bisschen unschlüssig, was ich da jetzt mache. Ich habe auch natürlich geguckt, was die T4-Busse so momentan kosten. Aber so ein guter, habe ich ehrlich gesagt unter 5.000 gar nicht gefunden. Darum steht es für mich eigentlich fest, dass ich ihn in irgendeiner Art reparieren werde. Aber wie, weiss ich noch nicht. Dass ich weiterhin einen Bus haben will, ist eigentlich auch klar. Ich muss mir jetzt halt wirklich überlegen, was ich mache. Ein anderer Bus von VW kommt eigentlich für mich nicht in Frage, weil, wenn man sich das mal anschaut, die haben ein komplett neues Auto kreiert mit dem T4, weil der T3 war ja komplett ein anderes Fahrzeug und haben da wirklich ein sehr, sehr zuverlässiges Fahrzeug gebaut. Also das ist über, ich glaube, der wurde von 1991, 1992 bis 2003 gebaut. Ist eine wirklich sehr lange Phase. Gab es natürlich zwischendrin mal einen Facelift, aber ansonsten nichts grossartig Bewegendes. Dann kam der T5 und der T5, das wissen viele, ist wesentlich unzuverlässiger als der T4. Die Mercedes aus denselben Baujahren, die interessieren mich gar nicht, weil die viel, viel zu rostig sind, wobei sie sich besser fahren, also Strassenlage und so und das ganze Bedienen von dem Fahrzeug finde ich beim Mercedes-Bus besser als beim T4 auf jeden Fall, weil der T4 ist halt wirklich noch so ein bisschen LKW-Feeling. Und ein Vito oder V-Klasse, die fährt sich schon ein bisschen mehr wie ein Pkw, finde ich jetzt. Das ist meine persönliche Meinung, aber sie sind mir viel zu rostig und die neueren sind mir auch viel zu teuer. Also, ich werde dann auf alle Fälle reparieren. Ich muss mir jetzt nur überlegen, was ich mache. Wenn ihr eine Idee habt oder euch besonders gut bei T4 auskennt, könnt ihr mir ja mal was in die Kommentare schreiben. Das ist jetzt eigentlich das, was mich so ein bisschen beschäftigt, weil ich den natürlich möglichst schnell wieder auf die Straße bringen will. Was ich mir auch überlegen muss, ist, ob ich den Motor vorne raushole oder unten raus. Jetzt mit der Hewebühne von Twin Busch, die ist für T4 eigentlich sowieso nicht geeignet. Ich habe ihn zwar damit schon mal hochgehoben, aber ein Motorausbau, naja, muss nicht sein. Losschrauben geht, denke ich. Auch die Antriebswellen, Räder und so weiter rausholen geht auch. Aber ich denke, das wäre vielleicht glücker, den Motor hier gerade rauszuholen. Mal sehen, ob das überhaupt funktioniert, weil einen Motor aus dem T4 habe ich noch nicht rausgebaut. Ich habe schon die Kupplung gemacht, aber mit der Brücke unten. Und das ging eigentlich ziemlich gut. Motor raus. Muss mal gucken, wie das alles gebaut ist. Ich muss mal anfangen zu zerlegen. Passt mir jetzt seitlich eigentlich gar nicht. Aber muss halt auch sein. Die anderen Fahrzeuge, die hier in der Halle stehen, über die mache ich auch mal ein Video. Also den kennt ihr ja, der Pontiac. Aber die nebendran werdet ihr in zukünftigen Videos sehen. Was ihr aber als nächstes auf jeden Fall seht, autobezüglich wird auch der Käfer sein, weil am Käfer wird gerade am meisten gemacht. Deswegen passt mir das ja nicht mit dem T4, weil der Käfer sehr, sehr viel Zeit schluckt. Das war es jetzt mit dem Video. Wenn ihr Tipps habt für mich, was der T4 angeht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder mir per E-Mail schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und tschüss.